Die berühmteste Schildkröte der Welt hat jetzt Familie. Na komm, ich geb dir mal ne kleine Starthilfe. Du siehst ja genau wie deine Mutter aus. Wie viele sind's denn noch? Nicht mehr viele. Shelley, Schätzchen, nur noch ein paar, dann war's das. Okay. Das ist Ricky. Na du. Hi. Und das ist Ella. Hallo. Gerade eben frisch geschlüpft. Pass auf. Landen sie in einer Welt voller Gefahren. Wir haben sie. Opa, warte. Oh. Sammy. Opa. Wieso seid ihr beiden Kleinen denn ganz allein hier unterwegs? Wir suchen unsere Großväter. Man hat sie in einen großen Tank gebrochen. Willkommen im größten Unterwasser-Aquarium der ganzen Welt. Menschen unter Wasser? Was für ein sonderbarer Ort. Wir müssen hier raus. Sofort. Die Lage hier ist eine einzige Katastrophe. Können sie uns helfen, da hinzukommen? Bitte. So, dann macht euch alle mal bereit. Und los geht's. Juhi. Cool. Auch dieses Mal. Los, Patacke. Ich wurde getroffen. Das war ja echt super. Durchqueren sie alle Ozeane. Ach, tauchen. Entkommen jeder Gefahr. Was für ein Pubsgesicht. Und lassen keine Schildkröfe im Stich. Ella. Ricky. Ich lasse mir doch von euch beiden Radauschildkröten, nicht meine Fluchtpläne durchkreuzen. Deine Pläne sind doch gequerte Mülsenkacke. Ich weiß jetzt, wie wir sie da rausholen können. Nichts. Touchdown. Ich bin hier der Boss und entscheide, weil es Zeit ist, zu verschwinden. Das glaubst aber auch nur du. Samis Abenteuer 2. Mit den Stimmen von Detlef Buck, Axel Stein, Boss und Hoss und dem Graf von Unheilig. Juhu. Juhu. Mach du kein. Oh, super. Das klingt nach Spaß. Say hello. Demnächst im Kino. Das klingt nach 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 Kino.